Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, köstlicher Low-Carb Vital trinkt mit L-Carnitin und B-Vitamin in kein Verkleben, da dem Sirup kein Zucker zugesetzt wird. Enthält L-Carnitin mit den Vitamin B1, D6 und Myazil Aspartam und Zuckerfreie Anwendung. 100ml Produkt ergeben 8 Liter Fertiggetränk. Konzentrat gut schütteln und 1 Teil Produkt zu 80 Teilen Wasser auffüllen. Eine Portion entspricht 400ml verzerrfertiges Getränk gleich 5 Müll Verzerrempfehlung, 1,5 Liter Wasser mit 15ml Konzentrat mischen. Fazit tolles Produkt und sehr zu empfehlen. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.